Hallo! Warte, ich muss noch mal ganz kurz weg. Und er hat sich weggebracht. Zu der Kasse Krishas. Heute mit Phipps. Phipps hat gesagt, er muss noch mal kurz weg. Aber es ist mir egal. Ja. Es ist mir egal. Ich bin gleich noch ganz kurz weg. Ich habe, was du brauchst. Du kannst den nächsten Boss alleine machen. Was? Nein, das musst du doch nicht. Das Schloss, da brauchten wir die Sandwiches für. Sind wir da noch mal reingegangen. Was machst du denn? Du hast doch gegengesteuert. Ja, ich habe gegengesteuert. Genau. Na gut. Lauf einfach selbst. Mir doch egal. Warte mal. Hier sind wir doch nicht wichtig. Ja, wir müssen jetzt bis dahin wieder. Wir müssen bis dahin wieder spielen. Achso, stimmt ja. Du bist zu schlau. Du bist der schlaueste. Warte, guck noch mal kurz rechts hin. Aaaaaah! Was? Da war ich doch eben drin. Ach, das ist der Shop. Achso. Du Idiot. Gut. Hier, das wäre was wir durch. Guck dir das an. Ja. Ich stehe. Ich 390 Gold hätte. Der Affe. Cool. Ich mag den Affen. Du bist eine Radio Antenne. Du bist eine Radio Antenne. Ich habe eine Radio Antenne. Wir brauchen Heiltränke. Aber die sind hier so teuer. Wir haben... Heiltränke. Nein, haben wir nicht. Natürlich haben wir Heiltränke. So haben wir eben gekauft. Alter, ich bin... Mein Gedächtnis ist wie ein... Du bist schlau, ja. Oh ja. Wiebald er einfach mal daneben springt. Heilige Scheiße. Jetzt komm hier. Durchrushen. Komm, komm, komm. Rauf da, rauf da, rauf da. Wir haben keine Zeit. Das ist Rush LP. Rush LP. Wie meine Mana... Wie meine Magie jetzt einfach mal abgeht. Du hast auch einen neuen Zauber, ne? XXY... Äh... XXXY. Mach mal. Äh... Das war's? Ne, ich weiß gar nicht. Bei mir ist das links, 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 rechts. An Maustasten. Ja, bei mir auch. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Was auch. Komisch. Und wenn du einfach nur so links, links, rechts musst... Das äh... Links, 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 rechts. Ne, das ist nicht. Ah, das sitzt mir auf dem Gesicht. Wie gesagt, man kann sich hier Geld schieben. Was? Und ich lasse die kein Geld hier. Aber das macht man noch nicht. War jetzt. War jetzt. So. Du hast das ganze Geld weggenommen. Du Pimmel. Ja, wer zuerst kommt. Mal zuerst. Ja, deine Mutter hat auch zuerst gemalt. Ne, das ist genau richtig. Mal LP. Alter. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ich geh jetzt auf Stärke. Echt? Ja. Mal. 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 Mach doch mal. Warum bist du denn so schwach? Ich kann nicht klarkommen auf die Steuerung. Dann musst du deine Stärke mal leveln. So. Nein! Nein, nein, nein! Ja! Nein! Du Pisser. Achso, der lebt doch. Du kleiner Penner. Ja, ich muss mich kratzen. Ich kann gerade nicht kratzen. Das ist nicht erlaubt. Natürlich. Du hast dir gar nichts zu verbieten. Gar nichts. Klar. Nein. Ey doch, Mann. Nein. Ey doch, Mann. Einfach nein. Ey doch, Mann. Wie du gerade einfach nur abkackst, Mann. Ich kack doch gar nicht ab. Natürlich, als du auf Stärke gelevelt hast, warst du viel besser. Du darfst nie wieder auf Mikey leveln. Au. Ich muss mich mal eben kratzen. Ja, aber du, oder was? Ja. Ich darf das. Nein, darfst du nicht. Du darfst einen Krümel-Kick, Alter. Krümel-Kick? Ja, Krümel-Kick. Warum wird mein Spiel auf einmal so dunkel? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es wieder hin. Oh, wir haben es geschafft. Oh, nein, die Kickstelle. Jetzt könnte mein Ticket auch mal einbauen. Ja. Habe ich übrigens eine coole, äh, alternative gefunden, um Strom zu machen in Ticket. Ja. Hätte dir gefallen. Glaube ich nicht. Mir gefällt gar nicht, was du führst, also. Geht doch. Oh, wie alt man nur Zeitung liest. Was steht da drin? Tö, die Bild. 3L-Pay ist uncool, okay? Newsflash. Sag nicht, ich muss gleich wieder den nächsten aus der Leine machen, Mann. Hoffentlich. Das hast du verdient. Das stimmt, der kriege ich allerdings aus der Prinzessin. Au. Ich wüsste gar nicht, wann er... Achso, der nächste Bus ist der Typ hier. Der Typ da oben. Der hier. Ja, der da, da. Den wir vorhin schon gesehen haben, bei der Kutschfahrt singen es da. 2L-Pay. Voller ich. Voller ich. Voller ich. Voller mir. Voller mir? Ach, ist mir auch egal. Überall sind Poster und Bilder von mir. Oh yeah. Ja. Bist du selbstverliebt. Oh genau, so seht ihr aus. Guck mal, so geht das. Dann nehmen wir die Bilder von mir. Nein. Kannst du ruhig zugeben, dass du von mir träumst. Ja. Ja. Natürlich. Au. Bombe. Ach ja. Irgendwie ist das immer dasselbe. Immer draufkloppen und schlagen. Nee, was taktisches. Wobei... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein Heitsrank. Oh oh oh. Wie viel habe ich noch? 4. Und du hast 1. Ah, scheiße. Ich brauche dringend Dings da. Oh oh oh. Wer gewinnt? Ich natürlich. Ich bin übrigens schon Level 10. Jetzt auch schon. Ich auch. Level 11. Ich hole aber schon auf. Nein. Quatsch. Die Viecher sind scheiße. Hatten wir auch schon. Hatten wir schon. Ich will ihn... Oh, da weint jemand. Ich glaube, der ist böse. What the fuck? Nein, nicht auf mich. Ich glaube, der mag uns. Aua. Heilige Scheiß. Aber da zieht Magie ganz schön viel ab. Da kannst du jetzt sagen, was du willst. Da ist es geil. Ich will nur mal trifft. Der verfolgt dich einfach nur. Ja. Ich muss mal... Oh, jetzt ist er auf mich. Na ja. Leck mir doch die Brutzel, Bude. Die Br... Was? Hahaha. Du hast keinen Halt, Alter. Ist egal. Ich habe ihn gleich down. Nein. Wie ich ihn nicht treffe. Oh, jetzt ist weg. Oh, jetzt ist er weg. Oh. Alter, da... Alter, da macht... Ja, ich habe keine Mana mehr. Jetzt. Jetzt. Daumen nach oben. Ihm geht's gut. Oh, okay. Kiste, Kiste. Oh, ja. Oh, ich will nicht kämpfen. Ich kann Bock zu kämpfen. Aua. Jetzt komm. Jetzt schon mal richtig. Arschloch. So sehen Gewinne aus. Wir haben gleich viel Gold. Ja, habe ich auch noch gewinnt. Und ich habe mehr XP. Strange. Neuheit, Tränke. Stärke. Jetzt können wir das laden. Ich muss jetzt mal so, ähm... Ja. Ja, so... Oh. Haben wir schon freigeschaltet? Ein Resümee ziehen. Ja, dann fangen wir an. Und... Also es ist bei Bossgegnern... Wenn wirklich ein einzelner Bossgegner da ist, ist die Magie echt geil. Aber bei so vielen Gegnern brauchst du schon Stärke. Lass uns noch mal zum Schmied, oder? Können wir ja... Anhöte eine Verteidigung. Das fällt jetzt weg. Ist das... Oh, der ist mit. Ja, brauchst du ja nicht kaufen. Haben wir bestimmt schon irgendwie jetzt. Dann müssen wir uns mal zum Schmied einfach mal... Folgen... Folgen... So. Ja, das machen wir jetzt noch in der Folge. So. Welches Level bin ich denn? Elf. Elf. Und ich bin zehn. Ja, da können wir uns schon bessere Waffen holen. Hier ist zehn. Das könntest du dir heute schon. Oh, das ist doch schön. Ja, das könnte... Das ist schön. Das ist... Mach dir. Ich bräuchte eins mit... Oder nochmal weiterkommen. Ja, das ist... Ja, das ist Level 15. Das ist Level 15. Das ist Level 10. Plus eins, plus drei. Hier, guck dir das an. Ach, das ist Level 20. Das hier könnte ich nehmen. Aber warum das auch immer nicht geht. Level 20. Weil ich das wahrscheinlich freigeschalten habe, oder? Guck mal, das ist auch zehn hier. Plus fünf, minus... Plus fünf Stärke, was? Das nehme ich. Egal, hier kommt eh nicht so schön. Ja, gut, okay. Dann nehme ich das Schwert mal mit. Ah, und nur weil du schwach bist. Ja, aber so kann ich ja beides nutzen. Zum Magie und Stärke. Ja, das ist mal ein Minus-Zauber. Ja. Okay, dann. Dann machen wir auf Wurgenpause. Du kannst ja schon mal laufen. Und... Mach ja auch. Wir sagen, auf Wiedersehen. Es hat uns Spaß gemacht. Diese Folge wieder. Es ist... Kasse, Kusas. Bye. 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 Vielen Dank.